Von den Machern von Party & Co. Es ist ein Spion unter euch und du musst ihn finden. Bist du ein Agent oder doch der Spion? Beschreibe dein geheimes Codewort, aber sei vorsichtig. Nur ein einziges Wort kann dich verraten. Beobachte, stimme ab und enttarne den Spion. Suspicious, deine Party im Karton.